hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von transformers 4 of cybertron wir sind jetzt gerade dabei mittlerweile etwas rum zu rennen und zwar mit cliffjumper nachdem wir optimus und metroplex halt schon ein bisschen begleitet hatten werden wir jetzt eine runde mit cliffjumper und jazz durch die gegend touren ja ich habe ja schon nur ich kann mir nicht die freilich du ja folge grumlock spur sehr freundlich danke dir jetzt kommt nämlich eines der level die ich so gar nicht mag ehrlich gesagt ja feiern wir mit ihm oder wir machen was ganz anderes und zwar wir warten bis er etwas frei ist ja passiere ein Thermalspringkopf dann machen wir das doch so ich gehe einen Schritt zurück das zeige ich euch mal ein bisschen die Fähigkeit von unserem lieben Griffjumper Verwandlung hier nicht möglich aber draußen denn ich denke mal was ist noch hier schnell und lautlos funktioniert so er hat ihn wenn sie gab er die da und ja gemischt ist und ich habe einen neuen Heimat so RL 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 so ich werde gleich mit dem Kran Kontrollrum Na ja gut Grimlock wusste was wir haben So wir gucken mal was wir haben Wir haben die Primärwaffe, haben wir das Sturmgewehr Würde ich ganz gerne ändern wollen Eigentlich in was anderes Warte mal Ah der kann doch dieses Trauma Ah ja Ob gerade Der kann doch ne ganze Menge upgraden wie ich gerade sehe Das haben wir schon Er hat alle schon Na gut okay Ja Es ist halt so ein bisschen ne Könnt ihr sowas tragen? Die können die jetzt eh kaufen müssen Ich hab die Schockschleuder aber ne das will ich ja nicht Ähm Hacker Speiser Brenner Ausrastusche Nagunhaaster Pulskanone Bin ich jetzt doof Wir lassen die verschrottet anders als Gut Dann weiter Dann 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 Jett's clear! Picking up a lot of Decepticons just ahead! I'll deal with them. Just find a way for me to reach that control room. Benutze die Müllpresse, ja wunderbar Mein Fehler Guck mal rein, was wir haben Schild können wir auf jeden Fall brauchen Das weiß ich noch Und, ähm Mal sehen Gefahrenstufe ist erhöht Endes Alarm Endes Alarm Endes Alarm Oh Oh, der Omm! Cliff, you know you have a cloaker, right? Ja, haben wir schon, aber... Hm. Ich kann gerade verweilen, die Brücke ist ja lang. Ach ja! Nein, Alter. Hihi, so. Weiter jetzt. Hihi, so. Ja, 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 ja. Der kleine Knüftschamper. Ne, gibt's den Raum nicht? Gut. Wupp dich. Wupp dich. Wupp dich. Wupp dich. Mal sehen. Mal sehen. Ach, da müssen wir lang. Oh, ich würd mich jetzt gerne mal kurz hinten umgucken. Ja, dank Gott. Ich muss die runterhüpfen, müssen wir hochlatschen. Ne, hab ich keine Lust zu. Mal sehen. Ich denke, ich kann die Kräte positionieren. Das Ding sieht ziemlich rustig, Cliff. Nicht machen. Das wird gut. Ja. Mal sehen. Ja, lass mich nicht immer flach. Ja, das ist einfach nicht so kräft. Lef, du hast herkon. Ich kenne mich alles. Du musst dich nicht schúnen. Du hast mich so wiederkeuf und nicht so kräft. Lass tae ich nicht so kräft. Ja, das ist das. Ich weiß nicht, was ich zu tun? Ich weiß nicht, was ich zu tun? Oh, auch schon. hei jetzt kommt es für einen interessanten Teil vom ganzen Spiel was das ist das zeige ich euch gleich denke ich noch mal ok oh sehr liebevoll die Flieger an der Starnung durch aber halt nicht durch sowas hier wir steigen wir uns jetzt durch oder wir schalten den aus aber ich glaube wir müssen eh auch schalten oh 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 so Freunde was ist er in der sich die sichere Aufsicht hat Das sehen wir in der nächsten Folge zu Transformers and the Fall of Cybertron. Bis dahin, tschüss!